Ab Freitag. Über 1700 ratlose Gesichter. Was? Mehr als 22.000 fragende Blicke. Und nur ein Mann mit Durchblick. Das sind 10 Jahre Wer wird Millionär mit Günther Jau. Jetzt kommt er selbst ins Schwitzen. Wir drehen den Spieß um. Ich stelle mich Ihren Fragen. Er gegen 5 Gegner. Lernen Sie mich mal ganz anders kennen. 5 gegen Jauch. Freitag 20.15 Uhr. Und 10 Jahre Wer wird Millionär. Das große Jubiläum. Ab 11. September 20.15 Uhr.